so man haben jetzt hat man aber die Kiste abbauen die können nachher oben noch weiterverwenden das heißt wir können sie im Haus platzieren und als Kiste nutzen ja genau weil für die Kiste jetzt immer einen Eisbarren zu verwenden ist richtig doof eigentlich immer und Piranha das ist ein bisschen aggressiv hier oh der macht 25 Schaden Flash! Double Power hier AHH! NEIN! oh 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 und macht alles voll da rechts zur Luft Fenix so oh oh oder rechts viel Eisen äh komm mal unten rechts ja oh wie viel Wasser dort unten ist Alter das ist nur unter Wasser Ozean alter Verwalter also 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 oh es ist endlich die Cave-Szene war mal besser oh Gott dass sich nicht von seinen äh fallenden Sand treffen Weil die macht auch ganz schön viel Schaden Wenn wir jetzt um die Decker hin... Ah! Holy Shit! Ja ok, ich will nur den Tag hier runter, ich mach die linke Seite Ich hab oben Emeralds gesehen, ganz vergessen! Egal Guck mal wie die... Wie die Qualle da links Wir brauchen uns gerade noch dabei Warte, echt? Oh! Oh, oh, das ist wieder raus Tja, Wasser, ne? Stirb! Stirb! Das Wasser, uh... Das noch ein Herz Ui, ja Weil siehst du hier den Übergang Jetzt sind wir schon in etwas tieferen gelegenen Oh, das ist noch ein Herz, geil Kannste abbauen Also ich benötige es nicht Nö, nö, du kannst das ganz ruhig haben Ist egal, wer ihn abbaut Du kannst ja, du kannst das Eischen ja vergeben Also bis jetzt ist es mir noch nicht so richtig wichtig Hauptsache du überlebst Hauptsache ich überlebe als Anfänger, ne? Ja, und als Kameramann Ich hab keinen Plan Wie ist er? So Eigentlich ist es wieder Eischen, deswegen Ah, das können wir auch so Können es ja langsam mal aufteilen hier und gucken, ob der... Oh Ah, das ist nix viel Das ist nix viel? Das ist nix? Ich nix bisschen Oh, hier ist... Ah, guck mal hier ist Silber Oh, da links ist ein Skelett Pass auf Sieht hier fast wie... Wie einer mit der MG oder sonst irgendwie scheiße aus, oder? Was? Keine Ahnung jetzt, also guck mal Was du für Fantasin? Ah, Wasser! Nein, das hast du als Fackel ausgemacht Guck mal, nicht der zum Wasser Oh, guck mal hier Ich hab schon die erste Falle Hm? Wo... Wo ist die Falle hier? Wo hab die? Ah, pass auf Da ist so ne kleine Platte Ja, pass auf Ah! Ah! Ja, das war grad ein fallender Stein Das war ne Falle Oh, ich hab das aber gerade so überlebt Wegen meinem Mehr Heal Ja, das hat 184 Schaden Ne, halt 134 Schaden gemacht Von mir 122, Alter Das wegen den 142, Alter Man kann das jetzt anklicken Was anklicken? Kuchenkasten, achso das ist dein Todesbogen Hehehe Ja, mein Grabstein Warte, ich komm runter Kannst du unten ja weiter erforschen Oh, hier ist irgendwie Was ist so ne komische Frau? Hä, wie ne Frau? So ne komische Frau Da ist ne Kiste und das ist Holz hier unten Ist das ne Statue? Ja Äh, das ist ähm Stronghold kann man sagen Also das sind solche Kann ich da einfach so genüsslich rein gehen ohne Probleme? Ja, ja Da sind keine Pfeilen Das sind keine Pfeilen Muss eben halt immer auf die Trittplatten achten Das sind manchmal äh Darb Shooter Wo Pfeile verschießen Die vergiftet sind Oder wie du gerade eben gesehen hast So ein Stein der vom Himmel fällt Guck mal den Abstand zwischen uns Radaradarada Ach ja, wo Kann man die Statue auch abbauen? Ne, ne Äh, die Statue ja, kannst du mit nem Hammer bauen Nicht nimm die mit Kann man ja als Dekoration oben hinsetzen Und die Kiste Ne, 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 ne Was war ne Kiste drinnen? Äh Keine Ahnung Ne Ne Okay Äh, das Wasser ist nicht tief genug Ha, 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 ha Wissen wir also bescheiden Soll ich mich jetzt schnell in einmal hochmachen? Warte, wenn ich mach mal ganz kurz schnell in einmal, dann kann ich Wasser runterfließen Dann kann ich Wasser runterfließen Spinnenweben mit, äh Oh ja, gib mal zu dieser einen flachen Wasserstelle, wenn du wieder hochkommst und mach da mal Spinnenweben hin Dann kann ich einfach in Spinnenweben fallen Oh, da hast du das Skelett jetzt gerade hier, warte Äh Wie komm ich denn da hoch? Äh Scheiße Kannst ja auch hochbauen Also mit einzelnen Blöcken hochbauen Wissen wir dem gegen das Skelett kämpfen Kleiner Augenblick Kleiner Augenblick Aua 21 Schaden Lass mich in Ruhe Ja Wie fährt das aus? Na super, jetzt ist auch noch rüber An der Oberfläche ist auch noch sogar Nacht Wir sind grad 10,3 Jahren Zombies Nein, 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 nein Oh Gott Macht echt viel Schaden Aua Bail Du musst aufpassen, dass du jetzt den Weg zum Haus findest Bleiben erstmal hier oben Was kann ich jetzt machen? Was wir jetzt machen? Äh, warten Was ist dunkel? Ja, du musst eben auch was rechts bei Haus, ne? Ja, rechts Oh, ich fahre auch gleich schon wieder Ja, scheiße Warte aufs Wort Dann komm ich auch noch Zwei Augen Bich in Ruhe Du willst unbedingt den Weg ausleuchten Zum Haus hin Rücken da Aua Aua Pass auf Aua Komm mal So, beide Augen tot Hörst du jetzt mal Du bist so von weit zu flatsch Warte War auch gerade Ja, 15 live Aua Da kommt der Ich hab 15 hier, habe ich Ja, ich mach kein Pissschwert Warte, ich mach weiter weg, weg Das macht glaube ich Das macht glaube ich deutlich mehr Schaden Einfach Kleine Schwerter Ja Alter Was ist hier gerade für ein Battle Aua Aua Hinter uns Aua Ah, auf die Pfeile Scheiße Oh, ich brauche mir die bessere Schwerte Aua Oh, Auge Ah, ich glaube das ist zu dumm Um mich rein zu kommen Okay, jetzt können wir weg hier Alter Let's battle ever Hier, ey Schlimm Das ist das bessere Schwert Aua Ich mach Licht So Wow Alter Holy shit Vollbettel hier, ey So, jetzt weiter geht's Aua 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 Aua, einfach in der Ecke passiert Aua 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 Das war 31 hier und ich war 41 Aua 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 Wo wir haben Leute, was ist das hier los? Aua Ja, das sag ich. Jetzt sind sie ein bisschen eingezogen. Oh fuck. Jetzt können wir uns healen. Bei der Nutte da. Hallo. Das kostet ein bisschen Geld, aber sonst... Wie macht man das? Jetzt bist du wieder fully live. So, ich mach erst mal einen Ofen. Ja genau, wir machen erst mal einen Ofen hier. Hast du ein bisschen... Was mach ich für den Ofen? Ein paar Fakkeinwäute dafür. Oh oh. Schönen wir hier. Nein, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Boah, du bist da. Boah, das sind vier Zombies. Ah, jetzt haben wir den Ofen. Boah, ich übel ziehe. Oh lol. So, jetzt hier im Ofen können wir erst mal Barren brennen. Die du gesammelt hast. Auch Escape oder was? Escape, alles mit dieser Zeit da. Da kannst du alles... Die ganzen barrenförmigen Teile. Ach, die Veröffentlichung. Ich mach erst mal hier einen Amboss, ne? Ey, was denn das hat der geflogen? War, glaub ich, ein Hase. Oh, hörst du den Stern? Hm? Äh, diese komischen Geräusche. Hast du denn da von rechts gehört? Dieses Tju, Tju, Tju? Das war grad, äh... Hier, sag schnell. War grad der Stern, der vollen Star. Oh, ich kann mir jetzt einen Kupferbogen machen. Oh! Ja! Auf unser Haus! Jaaaa! Ist klar. Noch einer. Wtf! Voll in der Nähe! Oh Gott! Ich glaub... Ich kann mir jetzt schon noch ne Kiste craften. Ich will irgendwie... Ist das Schwert haben. Ich kann mir noch nicht mal so ein Stechschwert machen. Ich kann mir ne Toilette bauen. Äh, ne Toilette bauen. Wo soll ich in unsere Kisten hinstellen? Ähm... Stell dir... Stell dir gleich hier, nehm. Wir bauen nachher... Unten so ein... Boah, die glittern wirklich. Machen wir erst... Jetzt können wir erst mal hier ein bisschen beschriften. Ich glaub links machen wir Wertsachen rein. Also Barren und so. Und rechts machen wir... Rohstoff rein, oder? Rechts... Links Barren. Ja. Dann machen wir auch so übereinander. Wie macht man das? Wie öfter man die? Warte, 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 warte... Ja, weil ich grad zugreife. Warte, warte. Aha. So. Jetzt kannst du. Äh... Alle vier Zombies sind da. Wie lange. Wie auch immer... Das Ohr haben wir auch da unter, ne? Also... Kupferohr... Über Kupferbarren und so. So mach ich das dann immer zumindest. Äh... Sand? Was ist denn jetzt hier? Ich muss überhaupt jetzt mal lesen. Hab ich nicht mehr? Hab ich nicht mehr abgebaut? Kupferohr. Hier ist das. Das ist schon gebrannt. Silberohr. Oh, ich mach mal jetzt ein neues Breitschwert, ehrlich. Iron Ohr. Ist das Iron? Ja. Das Tiny Sword. Okay. Okay. Achtung. Ah! 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 So, ich find's lange. Werder! Oh, wie viel Zombies sind das? Da war das glattlich nicht. Ah! 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 Ich will die Maulissen. Das ist so. Ach! Oh Gott! Wo, du bist... Ich wollte es mir hören. Ah! 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 Nein! Ich schrecklich! Ich wollte den sterben. Neum. die tür ist offen nein die tür ist offen sterne zum glück zugemacht und die liegt jetzt dass der grab stein ja ich habe grab steine von kuchen sternen liegen hier auf dem weg wird schon fünf stück jawohl ist klar ist der sechste das sogar zwei ineinander gewesen sieben stück habe ich jetzt von rechts und links feuerfeile kann ich machen aus der fackel und andere pfeil hobs aufgebogen ja jetzt verschwindet ihr genau ich will erst mal hier den hammer machen cooper koin als copper ja ok ich glaube ich stehe zwar erst mal ein stockwerk drauf damit wir ein paar mehr ich muss ehrlich sagen ich muss glaube mal ganz kurz mein zimmer auch hier mal in den raum hier mal open sito auslöften oder was oben geblickt haha es geht ja mal voll grad nicht klar viel zu warm oh da kommt ein slime springt der auch gegen die tür naja der tut nichts der springt aber gegen und läuft wieder in die andere richtung bis jetzt zweimal gegengesprungen mit so